Kanzleramt, Pforte D! Würden Sie sich vielleicht mal kurz vorstellen? Habe ich das noch nicht gemacht? Lothar Böck, ich bin der Fördner vom Kanzleramt an der Pforte D. Also das ist der Mann, der sagt, es ist mir scheißegal, wer unter mir Kanzlerin ist. Und wer sind Sie? Michael Frohwin, ich bin der Chauffeur von Angela Merkel. Der Kutscher von Frau Merkel. Wie kommt man denn zum Kanzleramt bitte, ja? Ja, man hat ein Studium absolviert der Fördnerlogie. Ja, 20 Minuten dauert, muss man drei Sätze kennen, wer ist das, wo kommen Sie her, wo wollen Sie hin, machen Sie das nicht nochmal. Das Auto können Sie hier nicht stehen lassen. So, jetzt mal Spaß beiseite. Wie wird man denn wirklich Kabarettist? Üben, 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 nein. Über die Amateur-Kabarettistentum. Und dann wird es man irgendwann. Bei Ihnen hat es ja nicht so richtig geklappt, ne? Schnitt. Ich bin tatsächlich einen anderen Weg gegangen. Ja, ich bin klassischer Schauspieler und Sänger und habe aber schon immer Kabarett gemacht, auch auf der Schule und so. Also im Grunde auch wie Lothar aus dem Amateurbereich. Und dann bleibt man irgendwann da hängen. Wie schreibt man einen guten Witz? Wie bereitet man sich denn vor? Ne, zwei unterschiedliche Dinge. Also Text schreiben und nachher es auf der Bühne spielen, sind glaube ich wirklich zwei unterschiedliche Sachen. Pointen sind sehr genau berechnet. Und ja, kommt immer darauf an, ob man den schnellen Witz machen will, den Gag oder ob man gut recherchieren muss. Ja, an so einem Abend ist hoffentlich alles drin. Haben Sie vielleicht noch einen Tipp für ihn, wie er es ein bisschen besser machen kann? Als Kabarettist ist er ziemlich gut. Ja. Und schön ist er auch noch. Aber es wird hinten auch langsam Licht. Aber ich habe ja den Altersbonus. Ja, eben. Ich darf mich anschmiegen. Und ich kann mich ranhängen. Aber nicht reinhängen. Nein, also Schnitt. Ja. 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 Ja.